TV-Hopper Devin oder Rapper Ferry? Wer bekommt die letzte Rose von Stella? Bachelorette, das Finale, wird krass glaube ich, sehr emotional und lohnt sich. Könnte sie beim Wiedersehen jedoch bereits wieder mit ihrem Zweitplatzierten zusammen sein? TV-Hopper Devin sammelte bereits TV-Erfahrungen als Zauberkünstler bei der türkischen Version von Das Supertalent. Im deutschen Fernsehen war er bei die SDS und Das Perfekte Dinner. Ferry ist als Rapper ein Teil der Glow-Up-Dinero-Gang. Beide wollen also berühmt werden. Doch wer bekommt die letzte Rose? Devin, du bist meine Eins, und ich habe mich in dich verliebt, doch so richtig glücklich konnte Stella dabei nicht sein. Kurz vor dem Liebesgeständnis flossen bei der Rosenkönigin nämlich noch dicke Tränen. Als sie Ferry verabschieden musste, ließ dieser einen Satz fallen, der ihr sichtlich nahe ging. Ich supporte die Entscheidung, die du machst, auch wenn ich denke, dass es vielleicht die falsche ist. Diese Worte ließen sie in Zweifel zurück, hatte sie sich vielleicht doch für den Falschen entschieden? Wir sind gespannt, mit wem sie beim Wiedersehen zusammen ist. Auf wen tippt ihr? Devin oder Ferry? Schreibt es in die Kommentare. Juchzen? Ferry Ja? Juchzen? Vielen Dank.